Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3. In der letzten Folge mussten wir leider einen Kameraden von uns töten, weil er nicht auf mich gehört hat. In mir. Wie halten wir es auf? Wir können nur hoffen, es einzudämmen. Wenn wir Taylor aufhalten können, habt ihr vielleicht eine Chance. Wenn wir euch zu den richtigen Anlagen bringen können, wir müssen nur Hendricks auf Kurs halten. Und mit den Gedanken an unseren gefallenen Kameraden beginnen wir die neue Mission. Er hat das Herz am rechten Fleck. Ich glaube, er wird das Richtige tun. Auch in dieser Folge wünsche ich euch viel Spaß. Drückt Gefällt mir auf Facebook, Like auf YouTube, macht Kommentare auf beiden, ein Abonnement über mich. Wäre auch nicht schlecht, macht es. Dann habt ihr viel mehr von. Und wie ihr hier jetzt unten eingeblendet seht, demnächst kommt Uncharted 4 raus im März 2016. Abonniert jetzt schon mal, nochmal, also ich sag's euch nochmal, damit ihr das nicht verpasst. Genau wie ihr Angriff auf Ramses. Wir lenken sie ab und holen uns unseren Mann. Wenn Taylor erledigt ist, finden wir einen Weg, um das Ding aus unseren Köpfen zu kleben. Um jeden Preis. Sobald Hakim tot ist, gehen wir zur Sicherheitsstation. Und aktivieren das Dead-System. Dann wird der Aufstand beginnen. Der Aufstand interessiert mich einen Scheiß. Spaß dir. Die sollen uns besser nicht in den Weg kommen. Würde ich auch sagen. Bitte töten Sie mich nicht. Bats, Bats. Oh, voll ins Gesicht getreten. Und los. Okay, die nächste Sicherheitsstation ist im 25. Stock. Das ist unser Ziel. Sobald du da bist, überhitze ich das NRC-Dead-Netzwerk. Wenn das NRC erkennt, worum es geht, wird es Verstärkung aus anderen Teilen der Stadt holen. Wir werden die ganze Zeit auf heftigen Widerstand stoßen. Richtig so aufhüben. Kommt rein. General Hakim hält eine Räder auf dem Balkon. Vergiss nicht. Der Angriff muss brutal sein. Eine Botschaft. Ein Symbol der Stärke. Kairo wartet auf den Tod von General Hakim, um einzugreifen. So. Drei auf ein Streis. Und der Körper vernichtet sich selbst. Und mach auf. Die Kanüle. Oder so. Tut was nötig ist. Scheißraben geht weg. Bats. Alter, was ist denn das für eine Stadt? Bürger von Kairo. Hört mir zu. Das ist eure Chance. Holt euch eure Stadt zurück. Boah. Wir helfen euch. Das NRC ist verwirrt, aber sie werden sich neu formieren. Gehe ich jetzt mal durch. Brüder, erobern wir unsere Stadt zurück. Vergreif das NRC aus Kairo. Vergreif das NRC aus Kairo. Applaus. Arsch. Seid froh, dass du nicht wegen der Explosion gestorben bist. Pass auf! In dem Bereich gibt es Zivilisten! Komm mal her, hier. So nicht, Fräulein. Oh, haben wir nicht gewettet. Ich habe vielleicht keine mehr. Soll ich doch mal auf zu schießen? Schießt nicht einer. Hi. 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 Das Vieh wollte mir ins Gesicht springen. Schnell nachhören, bevor noch so ein Rollvieh kommt. Wirklich? Mehr hast du nicht drauf? Komm, dann schaffen wir Hendrix. Genau. Genau. Ich wollte gerade nach oben gehen und da alles platt machen. Zumindest konnten wir sie überraschen. Entschuldigung. Feinde auf beiden Ebenen! Auswärmen! Sieht aus wie ein Aktiencenter an einer Wall Street, Alter. Schnauze. 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 Bin drin. Ich schneide es. Wie wäre es, wenn du aufhörst vor Khalil anzugeben und jetzt nach Taylor suchst? Konzentrier dich Hendrix. Hab ihn. Taylor wird in Zellenblock 7 auf Ebene 90 festgehalten. Dann gehen wir da mal hin. Er könnte ohne Probleme von dort entkommen. Wieso bleibt er? Was ist dein Plan? Scheiße. Kann er? Kann es uns sehen? Ich weiß nicht, wie viel vom echten Taylor übrig ist. Sein Gehirn ist hinüber. Ich hoffe, er ist nicht hinüber. Ich hoffe, er ist nicht hinüber. Wieder ein Ladebildschirm. 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 Durchbruch! Kay, würdest du diese Dead Systeme abschalten? 30 Sekunden. Haltet durch! 30 Sekunden. Das Netzwerk wurde zerstört. Sie sind dran. Luftunterstützung auf dem Weg. Feuer einstellen! Ägyptische Truppen seilen sich ab! Boah, wie viele! Du gehst auch! Dankeschön! Alter, guckt doch hier die Massen! Die Massen an, Leute hier! Boah! Okay, Kay! Ich kann nur hier die Massen anstehen! Ich kann nur da rauslaufen! Ich kann nur da rauslaufen! Wir haben auch die Massen anstehen! Nimmst du's! Nein! Ich kann nur da rauslaufen! Wir haben ihn getroffen! Hey! Ich kann nur da rauslaufen! Es wird keine Einschränkung! Sie hat nicht so. Nein! Wir haben ihn getroffen! Wir haben ihn getroffen! zu taylor die armen schweine gegen das gesamte nrc kämpfen wir glauben wohl wirklich dass sie eine chance hätten es gibt immer eine chance in sechs monaten erleben sie eine neue welle der unterdrückung ich sag's euch ist aufwärmen hier müssen wir wohl raus wo sind wir kurz vor dem 88 stock der zugang zum dach führt nach draußen folgt der markierung sie führt direkt zum zellenblock taylor muss dort sein verstanden wir sind unterwegs bumm voll überfahren Verließen Reulviecher. Folgt der Markierung, sie führt direkt zum Zellenblock. Taylor muss dort sein. Verstanden, wir sind unterwegs. Das war ein Lass. Das sind die Aufstände. Mach sie nicht nochmal. Du Stassi. Du Stassi. Halt den Mund, den Viper. Halt den Mund, den Viper. Raps, komm, nein! Raps, komm, nein! Na! Na! Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Na, na.